Was geht ab? Hi Leute, heute zeige ich euch Heute zeige ich euch, wie man vom Monster Energy Drink alle Titel und Embleme bekommen kann und Hintergründe, die man normalerweise über Call of Duty Ghost nicht bekommt und zwar, das dürft ihr auf keinen Fall machen auf gar keinen Fall, das dürft ihr nicht, das ist verboten Monster Energy Drinks, also ihr geht in den Supermarkt oder lasst einkaufen für euch, für eure Mutti oder so ihr kauft 10 Dosen Monster Energy Drinks nehmt den Kassenbon, das ist super wichtig, mit nach Hause und wenn ihr zu Hause seid, dann nehmt ihr die Dose in jeder Dose ist hier drinnen ein Code, der hinter der Lasche versteckt ist um Titel, Embleme und Hintergründe zu bekommen also, wenn ihr diese Dose zu Hause habt, dürft ihr das auf keinen Fall nachmachen und zwar, dieser Pin, der da ist, den dreht ihr einmal so entlang also andersrum das dürft ihr auf keinen Fall nachmachen ok, wenn ihr den hier habt, dreht ihr den einmal in diese Richtung zack, also genau so schaut mal her, hoffentlich seht ihr das, könnt ihr das sehen und wenn ihr das gemacht habt dann nehmt ihr den Deckel und fangt den so langsam an zu biegen ne, macht den natürlich nicht weil das dürft ihr ja auf keinen Fall so nachdem ihr den gebogen habt ihr habt ja noch den Kassenbon ne, so ist ein bisschen eingerissen seht ihr das? also nicht eingerissen, sondern verbogen ist es ein bisschen dann zieht ihr die Lasche ein bisschen hoch sodass ihr den Code lesen könnt schreibt euch diesen Code hier auf das dürft ihr natürlich auf keinen Fall machen ne hier ist der Code den notiert man sich den kann man gut sehen, hoffe ich mal ich muss doch alles alleine drehen hier das Video das ist zum Kotzen also nachdem ihr den Code aufgeschrieben habt dreht ihr die Lasche nach unten wieder zieht ihr in die Ausgangsposition zurück so wie es war seht ihr das? geht dann in den Supermarkt zurück oder schickt eure Mutti oder sonst was am besten geht ihr selber und sagt dann so warte in die Ausgangsposition zurückdrehen zack als wenn nichts gewesen wär so seht ihr das? ich hoffe ihr seht das Monster Energy Drinks Call of Duty Titel und Embleme äh geht ihr in den Supermarkt zurück nehmt den Kassenbon und sagt zu der Verkäuferin ähm ich habe ne das dürft ihr auf keinen Fall sagen ich habe Monster Energy Drinks geholt und habe mich verkauft mein Freund hat eine Geburtstagsparty gehabt die hat er jetzt abgesagt und ich möchte die umtauschen ich möchte mein Geld zurückhaben ja da die sehr kulant sind werden die das auch machen und ähm ihr braucht auch kein schlechtes Gewissen haben weil über 97% gehen nicht in euren Supermarkt und kaufen Monster Energy Drinks äh um Call of Duty Ghost einzugeben das ist super selten und ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben äh das dürft ihr auf keinen Fall machen also ich bedanke mich eurer Mr. Ninoniak vielen Dank für über 40.000 Klicks von meinem äh und MM Studio Ghost Song den wir rausgebracht haben Mr. Ninoniak Ghost Song vielen Dank für über 40.000 Klicks ich hoffe ich habe euch geholfen äh dass ihr wisst dass ihr das nicht machen dürft auf gar keinen Fall okay bumm sakada bumm sakada bumm was geht ab vielen Dank fürs Watchen bis bald Leute lasst ein Abo da und ein Like vielen Dank